Der Heilige Geist 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 kann ich das auch anders aussehen. Wenn es dadurch Gott gut geht, wenn die Gemeinde dadurch gepriesen wird, und wenn die Kinder dadurch gläubig werden, dann wird Gott sich nicht darüber freuen, wenn wir etwas unter Druck tun, weil man es tun muss. Das heißt, dann tust du es gar nicht für Gott. Und ich glaube an die Gemeinde, in der die Menschen mit Freude kommen, um zu leben. Gestern, als wir hier auf dem Bau waren, habe ich die Sonne natürlich etwas unterschätzt, und habe mich nicht eingeschmiert mit Sonnencreme. Deswegen habe ich jetzt hier so einen Abdruck von meinem Unterhemd. Und ich habe die ganze Zeit an das Kinderfest gedacht, und gebetet. Und ich sagte, Herr, gib irgendwelche Wolken. Unsere Kinder haben ihr so leid getan, und die ganzen Organisatorer. Das ist eine kolossale Arbeit. Und warum haben sie all das gemacht? Warum haben sie das alles gemacht? Warum haben sie das alles gemacht? Warum sind sie hier abends in der Gemeinde, und sie haben irgendwas organisiert, gemacht, als andere vor dem Fernseher gesessen haben? Weil sie Gott lieben. Und sie wollen es für ihn tun. Wenn wir als Gemeinde etwas herrliches tun, etwas herrliches tun, etwas großes tun, dann wird er geprägt, unser König, dem wir dienen. Und wisst ihr, ich denke so, warum waren die schönsten Gebäude der Stadt damals immer Kirchen? Warum? Ich begann mich, warum. Weil zu der Zeit gab es schon Menschen, die gesagt haben, Gott ist groß. Das ist unser König. Und lasst uns ihm das beste Gebäude bauen. Und hier, ihr wisst, warum wir schöne Gemeinden, schöne Kirchen haben. Warum wir ihm gefallen wollen. Das ist nicht unser Name, sondern sein Name. Amen. Und wenn wir beten, wir müssen immer verstehen, dass es einige Ebene des Gebets gibt. Und Jesus spricht hier von dem Gebete im Verborgenen. Er sagt, das ist deine persönliche Gemeinschaft. Und lasst uns das jetzt merken. Das Gebet im Verborgenen, im Zimmer. Das ist unsere persönliche Gemeinschaft. Und es gibt das allgemeine Gebet mit der ganzen Gemeinde. Alle gemeinsam. Weil es immer irgendwelche Schlaumeier gibt, die sagen, Jesus hat gesagt, man darf nur in seinem Zimmer beten. Aber er hat auch nicht gesagt, dass man nicht zusammen beten soll. Und manche sagen, man soll aber nur in seinem Zimmer beten. Und die Schrift zeugt davon, dass hier von der persönlichen Gemeinschaft, von der persönlichen Beziehung die Rede ist. In Timotheus' Brief steht, dass wir an jedem Ort heilige Hände zum Vater erheben sollen. Und in Lukas 19, 46 Er sagte, mein Haus ist ein Gebetshaus. Ihr habt es aber zu einer Räuberhöhle gemacht. Jesus eiferte um die Versammlung der Heiligen. Schau, im Neuen Testament, das Pisanium sagt die Schrift, ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Das heißt, in uns drin wird eine Gebetsgemeinschaft oder eine Verbindung zu Gott aufgebaut, eine ständige Verbindung. Und zur gleichen Zeit, wenn wir uns gemeinsam versammeln, 1. Absatz 1, 14 Sie alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Pflehen. Sie haben sich versammelt und gemeinsam gebetet. Und im 4. Kapitel dass nach ihrem Gebet der Ort erschüttert wurde. Und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das ist ein Zeugnis, dass es ein allgemeines Gebet gibt, wo wir uns zum Beispiel mit dem Hauskreis versammeln, wo wir uns mit der ganzen Gemeinde versammeln. Und einige Leute fragen sich, wie ist der Erfolg unserer Kirche? Und ich möchte euch einige der Grundlagen nennen, warum wir in dieser Gemeinde Erfolg haben. Obwohl ich weiß, dass wir viel mehr tun könnten. Ich weiß das. Aber trotz allem hat Gott uns etwas anvertraut, oder wir hatten Erfolg in dieser Gemeinde. Wisst ihr warum? Weil jeden Montag почти вся die ganze Gemeinde betet. Kаждый Montag wir uns zusammen und wir beten. Wir haben noch das Gebet am Dienstag. Ein gemeinsames Gebet. Пол 7 Uhr morgens hier in unserem Gebäude. Und als der Bau begonnen hat, habe ich aufgehört, dort hinzugehen, weil ich spät nach Hause komme, und danach so früh aufstehen, das möchte ich einfach nicht. Und das Gebet und das Gebet haben dann Willi und Daniel und Richard übernommen. Und ich dachte, das geht den Bach runter, weil die Jugend es ja auch nicht lieb, so früh aufzustehen. Aber das Gebet funktioniert schon mehr als ein Jahr. Und nur Jugendliche kommen. Nur Jugendliche kommen. Nur Jugendliche. Eine halbe Stunde gemeinsames Gebet. Rade dieser Leute собираются. Und deswegen die Menschen seid ihr hier? Warum? Weil es so wichtig ist. Weil es funktioniert. Es funktioniert. Und der Erfolg der Gemeinde Gottes ist das Gebet. Amen. 1. Petrus 3.12 steht geschrieben. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die Gerechte, die Böses tun. Also Gott hört das Gebet des Gerechten. Das zweite, wovon Jesus hier spricht. Er sagt, wenn ihr betet, solltet ihr nicht plappern. Und er sagt, Otec знает уже вашу нужду. Also unnütze Worte reden. Denn der Vater kennt schon eure Not. Und hier stellt sich mir die Frage. Und ich denke, bei euch auch. Warum soll man dann überhaupt beten? Wer hatte schon mal diese Frage sich gestellt? Wir lesen. Написано, Otec schon знает. Der Vater kennt schon. Und hier sagt Jesus, plappert keine unnütze Worte. Ja, du weißt, dass ich da und da. Gott weiß. Jesus sagt, ihr sollt nicht plappern im Gebet. Und man muss auch nicht so schön beten. Und wenn Menschen aus der Welt in die Gemeinde kommen, dann höre ich manchmal solche Ausdrucksfeierungen. Oh, der betet so schön. Der betet so schön. Und знаете, und u.n. 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 er spricht davon, dass wenn wir beten wir verstehen sollten, mit wem wir es da zu tun haben. Versteht ihr? Wenn der Sohn zum Vater kommt und er beginnt alle Dinge zu erzählen was wird der Vater für gewöhnlich tun? Er sagt, beruhig dich erst mal. Beruhig dich. Man braucht nicht so viele Worte zu verringen. Ich verstehe alles. Sag, was dir auf dem Herzen liegt. Hier sag, was dir auf dem Herzen liegt. Sag, was dir auf dem Herzen liegt. Und der nächste Punkt, warum braucht Gott, dass wir beten, wenn er doch weiß, worum wir beten wollen. Als ich mich erst bekehrt hatte und auch in der Baptistengemeinde war, hat mich diese Frage beschäftigt. Es kommt also so aus. Seid ihr hier? Es kommt so aus. Walter, komm mal hier. Stellt euch vor. Setz dich dort auf die Treppe. Schaut mal, Walter. Ja? Er denkt über etwas nach. Er denkt über etwas nach. Und ich weiß, worüber er nachdenkt. Und ich weiß, worüber er nachdenkt. Und ich weiß alles. Wir haben so eine Verbindung. Und ich weiß alles. Und ich weiß alles. Und ich komme zu ihm. Und ich sage, Walter. Und ich sage, Walter. Und worüber denkst du so nach? Und er sagt, du weißt doch, worüber ich nachdenke. Und ich sage, nein. Ich möchte, dass du darüber erzählst, was du denkst. Und dann hat Walter eine Menge Fragen auf einmal. Warum sollte ich oder warum bestehe ich darauf, damit er das erzählt, was ich schon weiß. Versteht ihr? So kommt es ja noch mit Gott auf. Gott kennt unsere Gedanken. Aber warum auch immer möchte er, dass wir es aussprechen. Und nicht ein Haufen Worte verwendet dabei. Sondern uns konzentrieren. Und das Wichtigste zu sagen. Nur das Wichtigste zu sagen. Ich werde euch ein Beispiel nennen. Der blinde Bartholomeus Und er schreit, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und hier braucht man keine Gabe, um zu erkennen, was dieser Mensch möchte. Er ist blind. Jesus, was fragst du ihn da? Und Jesus kommt und sagt, was möchtest du? Was möchtest du? Er hat seinen Jüngern gesagt, geh hin und frag, was er möchte. Warum schreit er? Und er geht hin und fragt, was möchtest du? Was möchtest du? Ja, Jesus weiß doch, was er will. Und lass uns jetzt wieder das Beispiel nehmen. Vater und Sohn. Der Vater. Er weiß, was der Sohn möchte. Aber er möchte oder er hat es nötig, dass der Sohn es sagt. Er soll es verkünden. Er soll es verkünden. Er soll es ausdrücken. Er soll es ausdrücken. Er spielt nicht immer eine Rolle in der geistlichen Welt. Aber was wir sagen, er spielt eine Rolle. Weil der Teufel das hört. Er hört es, die Engel Gottes hören das. Und Gott hört das. Und noch mal. Er hört der Teufel. Er hört es, seine Dämonen. Er hört das. Er hört es, die Engel Gottes hören. Er hört es, und Gott selbst. Und Gott selbst. das, was wir wollen. Und auf dieser Grundlage wird Gott wirken. Zum Beispiel. Walter will ein Motorrad. Und dann ein Moped. Und dann will er so ein Elektromobil. Und gestern dachte er an das eine. Und dann an das andere. Eben ein Monat an ein Elektromobil. Und ich kenne all seine Gedanken. Und vielleicht hat er mit mir sogar darüber unterhalten. Vor dem Beispiel, ich bin ein reicher Vater. Und ich kann ihm alles kaufen. Ich wäre gerne so ein Vater. Der alles sein Kinder kaufen könnte. Aber ich kann gemeinsam mit ihnen dafür beten. Aber es ist gar nicht schlimm. Aber als Walter zum Beispiel klein war, dort hätte ich ihm alles kaufen können. Fast alles. Und ich weiß, worüber er geredet hat. Und was brauche ich jetzt von ihm? Ich brauche von ihm, dass er ausdrückt, was er haben möchte. Und jetzt muss er noch mal nachdenken. Roller, Motorrad, Motorrad, Elektroauto oder einen guten Diesel. Was möchte er? Und jetzt muss er sich entscheiden. Versteht ihr? Und er drückt das aus. Und er kann nicht mehr so sitzen und sagen, ich will einen Motorrad. Oh nein, doch ein Motorrad. Nein, ein Quad. Nein, ein Ferrari. Lass uns beim Ferrari bleiben. Ja, und was ist denn mit dem Motorrad? Mit dem Quad? Mit dem Moped? Mit dem Moped? Also ich such's mir aus. Vielleicht der Ferrari? Nein, aber du hast doch gesagt, wenn du mir das so gesagt hast, dann muss ich ja auf alle deine Worte achten. Warum soll ich jetzt etwas wegschreiten? Warum soll ich jetzt etwas wegschreiten? Deswegen möchte Gott nicht, dass wir plappern. Вы понимаете? Gott ist Gott. Mit ihm muss man konzentriert reden. Zielgerichtet. Weil er ja unsere Gedanken kennt. Herr, ich möchte eine Frau. Danke, Walter. Ich will eine Frau. Herr, gib mir eine Frau. Ja, ich möchte eine Frau. Und der Herr fragt dich, welche Frau du willst? Nun, eine schöne Frau. Eine richtig schöne Frau. Okay, hat er eine schöne Frau gesehen. Und sie ist schön. Und dann sieht er, dass sie für 75 Euro und Schuhe für 230 Euro und er denkt sich, oh nein, mit meinem Gehalt werde ich das nicht packen. Herr, gib mir eine demütige, eine bescheidene Frau. Aber eine bescheidene ist ja nicht mehr so schön. Und Herr, gib mir eine, die bescheiden scheint, aber Gott, gib mir eine schlaue Frau. Er sagt, sie ist schlau, aber nicht bescheiden. Und wir sagen, Gott, gib mir das, gib mir das. Konzentriere dich darauf, was du willst. Gott wird uns nicht antworten, wenn wir so hin und her die ganze Zeit spielen. Sag einfach, Herr, gib mir eine Frau nach deinem Willen. Und das war's. Welche du geben wirst, darüber werde ich mich freuen. Hauptsache, das ist Ato, пока ты будешь ее готовить, sonst, während du sie vorbereiten wirst, Dschewel подsänt какое-то другое, aber ich werde думать, dass es von dir wird. Wird der Teufel ihm deine andere vorschieben, und ich werde denken, die ist von dir. Aber das ist ein Witz. Aber es kann tatsächlich manchmal so passieren. Gott bereitet dir etwas vor, und du siehst etwas anderes. Und du nimmst das und sagst, Gott, was ist das? Und Gott sagt, ich habe die Frau noch gar nicht gegeben. Das ist gar nicht für dich gewesen. Schaut mal. Wir haben noch viele Punkte. Und wir müssen verstehen, dass wir diejenigen sind, die auf der Erde geblieben sind, um Worte des Glaubens auszudrücken. Und nach unseren Worten wird Gott es tun. Und deswegen beten wir, Wir sprechen den Namen Gottes aus. Wir proklamieren bestimmte Dinge hier. Die Zeit reicht nicht, um alles hier zu konkretisieren. Weil ich noch das Vaterunser behandle mich. Lass uns zum Gebet, Vaterunser kommen. Vaterunser im Himmel. Was ist das für ein Gebet? Und die Menschen verstehen oft nicht, dass es nicht das ist, was wir wirklich ständig beten sollen. Und viele Gemeinden beten jahrelang das Vaterunser. Und bleiben dabei stehen. Und ich sage ja nicht, dass man das Gebet nicht beten soll. Aber hier gibt Jesus uns so einen Rahmen für ein Gebet. Und wie wir beten sollten. Gott braucht keine auswendig gelernten Gebete. Und wir haben irgendwo gesehen, dass die Apostel das Vaterunser gebetet hat. Aber sie haben verstanden, dass das Vaterunser ein Prinzip ist. Prinzip, bei dem wir müssen beten sollen. Und wir beginnen. Also, wir beginnen. Erstens. Der Vater, der du bist im Himmel, wird dir dein Name gebetet sein. Was ist das? In unserer Gebet heißt das, Gott, ich schlaue dich, Herr, ich präise dich, weil du bist der Schöpfer des Himmel und der Erde. Ich danke dir für deine Größe, und du dein Name soll gesprich werden, weil du der Schöpfer bist. Also, wir erkennen oder wir bestellen, dem, zu dem wir beten. С этого wir beginnen. Das ist der Anfang unserer Gebet. Второе. Zweitens. Dein Reich komme. Was ist das? Das bedeutet, dass nicht das Reich des Teufels hier auf der Erde sein sollte, sondern das Reich Jesu Christus. Wir sagen damit, und damit sagen wir, Gott, dein Reich, soll auf meiner Arbeit sein, in meiner Familie, und natürlich auch in meiner Gemeinde. Dein Reich. Was ist das? Das Reich Jesu Christus. Oder das Reich Gottes. Das ist der Verhältnis Gottes. Das sind die Prinzipien Gottes. Das ist seine Macht. Und deswegen sagen wir, das Reich Gottes soll hier sein. In großen Baum, das Reich Gottes. In Hukingen, das Reich Gottes. In Hukingen, das Reich Gottes. In ganz Duisburg, das Reich Gottes. In ganz Duisburg, das Reich Gottes. in Mühlheim, Oberhausen, Essen, und so weiter. Bis zur holländischen Grenze. Und da sollen schon die Holländer beten. Als nächstes, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Schaut. Na Nebe, wie im Himmel, Volia Bожie испolniaется dort erfüllt sich der Wille Gottes so. Вот так. So. Там нет людей. Dort gibt es keine Menschen. Im Fleisch. Там есть люди, dort gibt es Menschen, aber sie sind schon im Geist. Und hier sind die Menschen im Fleisch. Na Nebe, im Himmel, da der Dscher kann der Teufel nichts anstellen. Und auf der Erde widersteht er immer. Er versucht dich und mich, zu verführen, dass wir es nicht so tun, wie Gott es möchte. Deswegen tun wir was? Wir sagen, Herr, Dein Wille, dass wir hier sein, wie im Himmel sind. Also. Alles soll dir gehorsam sein. Alles soll nach deinen Regeln funktionieren. Und alle Dämonen, jede Lüge, dass wir seine Macht verlieren. Dein Wille, hier auf der Erde, wie im Himmel. Und was tun wir? Praktisch gesehen, wir sagen, in unserer Familie, Wille Böse, nicht der Wille des Teufels, nicht der Wille des Menschen, nicht der Wille des Menschen, sondern der Wille Böse, die Wahrheit Böse, in unserer Gemeinde, in meiner Arbeit, in meinem Körper, in meinem Leib, in meinem Leben, in meinem Leib, nicht der Wille des Teufels, nicht der Wille des Dämonen. nicht der Wille des Dämonen. Dann soll sich der Wille Böse, wie im Himmel, wie im Himmel, soll es auch hier sein. Seid ihr hier? Dage uns heute unser tägliches Brot. Das ist das Gebet für die Höhe. Und das ist das Gebet für unsere Nöte. Und das ist das Gebet für unsere Nöte. Das ist unser tägliches Brot. Amen. Und weiter, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir uns vergeben unseren Schulden. Hier ist die Rede nicht davon, dass wir die ganze Zeit um Vergebung bitten sollen für unsere Sünden. Weil wer von Gott geboren ist, er sündigt nicht mehr. Weil der Geist des Herrn in ihm lebt. Und dann fragt ihr, warum kommt es dann so vor, dass gläubige Sündigen? Weil sie Gott verlassen. Weil sie, der von Gott geboren ist, kann nicht sündigen. Es gefällt ihm einfach nicht. Und er schnitt von diesem Griechen. Und wenn er gerade erst auf den Weg der Sünde kommt, dann geht es ihm schlecht davon. Und dann kommt der Prozess, wenn er das mit Gewalt weiterhin tut, dann fliegt er raus aus der Liste derjenigen, die von Gott geboren sind. und dann sagt ihr, ja kann es denn überhaupt passieren, dass wenn jemand von Gott geboren wurde, und ihn da wieder zurück zurückzuholen? Ja, es ist möglich. Можно. Es ist möglich. К сожалению, es ist so. Можно. Es ist möglich. Und tausende und Millionen von Christen, die ihre Geburt von neuem verloren haben, sie sagen, das ist möglich. Und dann sagt ihr, das ist möglich. Und dann hört sie, die Stimme Gottes nicht mehr. Die Sündigen. Ich kenne leider einen Pastor. Er war einst mein Vorbild. Er hat sehr stark zu tun gehabt mit Ehebruch. Er kritikowal немцев, dass sie Bier trinken. Und jetzt trinkt er und raucht er. Und er hat seine Frau verlassen. Man kann alles verlieren, versteht ihr? Aber man darf nicht die Geburt von neuem verlieren. Man kann nicht die Geburt von neuem verlieren, wenn wir die Beziehung mit Gott haben. Man muss erst die Beziehung mit Gott brechen. Durch seine Tat. Und deswegen, o чем sagt Jesus? Proste uns unsere долge. Deshalb, wovon spricht Jesus? Vergib uns unsere Schuld. Er sagt es um мелочas. Es geht hier um kleinigkeiten. Kleinigkeiten. Zum Beispiel. Wir waren frech zu jemandem. Wir waren frech zu jemandem. Wir waren frech zu jemandem. Wir haben etwas falsch gesagt. Oder wir haben etwas falsch gesagt. Oder wir haben etwas falsch gesagt. Und wenn wir beten, wir sagen, Herr, прости mich. Vergib mir. Oder man hätte beten sollen irgendwo. Oder man hätte helfen sollen. oder jemand hätte man helfen sollen. Wir haben feinheit gezeigt. Wir haben feinheit gezeigt. Unser charakter hat sich irgendwo geholfen. Egoismus. Понимаете, das sind schulden. Das ist das, was wir nicht für Gott getan haben. Und wir sagen, Herr, vergib. Vergib mir. Oder wir waren wir lestig. Понимаете, wir sagen, Herr, vergib. Und wir vergeben all denen, die auch Fehler begangen haben. Tоже по отношению zu uns etwas falsch gemacht haben. Wir vergeben ihnen. Und was die Vergebung betrifft, das ist so ein seriöses Thema. Wir werden noch mal separat darüber unterhalten. Und ich glaube, genauso noch mal über den Segen der Feinde. Also, dass wir Feinde segnen. Ich bin speziell auf YouTube gegangen, habe mir eine Predigt dazu angeguckt. Und bei allen meinen Predigten gibt es keine Daumen nach unten. Nur bei dieser Predigt gibt es haufenweise Daumen nach unten. Die Jungs schauen sich das an. Und unsere Partner schauen sich das an. Und das gefällt ihnen nicht. Und wer geht es etwas an, worüber ich etwas predige? Es gibt es eine Frage, es gibt eine Frage, es gibt eine Frage, die nicht der Bibel entspricht. Also, wer von Gott geboren ist, er nicht gräßt, er nicht gräßt. Wer von Gott geboren ist, dass du mir etwas sagen kannst. Es heißt, dass er diese Wiedergeburt verloren hat. Oder er hat sie nie gehabt. Und so sagt Jesus, vergib uns unsere Schulden. Er lehrt uns, dass wir so beten. Wie auch wir vergeben unseren Schulden. Und weiter sagt er, und führ uns nicht in Versuch, sondern er rette uns von den Bösen. Also, wenn wir beten, wir sagen, Herr, es steht geschrieben, dass Gott niemanden in Versuchung führt. Опять eine schwierige Thema. Gott führt niemanden in Versuchung. Aber hier soll man beten, und führ uns nicht in Versuchung. Aber der zweite Teil erklärt, sondern er rette uns von dem Bösen. Mit anderen Worten, in Wahrheit, Gott nicht in Versuchung führt Gott niemanden in Versuchung. Seht ihr hier? Gott nicht, вот представляете, Gott sieht meine Schwachheit. Stellt euch vor, Gott sieht meine Schwachheit. Und Gott und Gott sendet mir Menschen, die mich genau in diese Sünde führen werden. Macht Gott das so? Nikada Gott этого nicht сделает. Niemals wird er das machen. Versteht ihr? Aber Also mit anderen Worten, Gott führt uns nicht in Versuchung zum Bösen. Er führt uns nicht in Versuchung, damit wir fallen und die Errettung verlieren. Aber worüber beten wir also dann, wenn wir sagen, führ uns nicht in Versuchung? Wir beten dafür, dass Gott seinen Schutz aufstellt, damit der Schutz Gottes da ist über uns, wenn wir uns Gefahren nähern. Er rett uns von den Bösen. Also stell deinen Schutz auf, über uns am Herzen, über unseren Gedanken. Schaut mal ein einfaches Beispiel. Wenn ihr hier seid, ich weiß, dass es einige schwerer zu hören ist, aber es ist wichtig. Schaut mal, Petrus. War er alles normal? Ja oder nein? Ja. Aber auf einmal kam ihm der Gedanke, ich nie werde dich verletzen, was war das? Das war stolz. Wenn Petrus davor gebetet hätte und gesagt hätte, Herr, bewahre mich. Ne wеди mich in Versuchung. Führe mich nicht in Versuchung. Sochraini mich von dieser teuflischen Verwirrung in meinem Kopf. Dann hätte Petrus das vorsichtig gemacht. Er hätte gesagt, Herr, hilf mir, dich niemals zu verlassen. Und dann wäre alles gut gewesen. Aber der Herr, als er seinen Charakter gesehen hat, er hat gesagt, okay, Freund, wir werden es dir jetzt beibringen durch deine Fehler. Versteht ihr? Deswegen bete ich immer, ich sage, Herr, помогi mir mit deinen Schlech zu verstehen, was du möchtest. Versteht ihr? Ein Kind läuft durch die Wohnung und alles über die Schlech zäpricht. Und du sagst ihm, perestan, dann bekommst du einen. Du bekommst gleich einen. Und deswegen ein schlaues Kind wird direkt aufhören damit, um keine zu bekommen. Ein dummes Kind mit allen Gardinen niederreißen und landet dann in der Ecke und verliert ein gewisses Vergnügen, weil es ungehorsam war. Und deswegen bete ich immer, Herr, hilf mir, dich gehorsam zu sein. Und das ist das, was gemeint ist, mit führe mich nicht in versuchen. Ihr seid hier? Sochrani mich. Bewahre mich. Wenn ein Mensch eine Schwachheit hat zu gewissen Dingen, zum Beispiel. Und ich sage, Herr, ich liebe zum Beispiel schöne Häuser. Oh, und dann habe ich eine Gelegenheit dazu und gehe in ein schönes Haus. Für mich ist das eine Versuchung. Oder für jemanden ein schöner Mann. Mein Mann geht immer mit seinem Bauch und er rasiert sich gar nicht mehr. Und geht so durch die Wohnung. Das gefällt mir gar nicht. Und dann kommt so ein Cowboy. Und er ist komplett nicht trainiert. Und neulich habe ich im Baumarkt so einen Typen gesehen. Möchse, so ein großer, alles so straff. Und hinten steht er geschrieben. Auf dem Scherz. Protein oder so etwas. Irgendwas mit Proteinen oder so etwas. Und dann denke ich mir, wow, ich kann mir vorstellen, wie gewisse Frauen oder Mädels und andersherum auch. Ihr versteht, das ist eine gewisse Versuchung. Und du sagst, Herr, führe mich nicht in Versuchung. Und wenn ich sechs Stunden im Flugzeug fliegen soll, dann soll sich bitte kein Mädchen neben mich setzen in so einem Mini-Roll. Die noch vor dem Einstieg ins Flugzeug so eine Flasche Parfum auf sich ausschütten. Und die die ganze Zeit auf der Armlehne ihre Hand drauf tut, meine berührt und sagt, das ist nicht schlimm. Und es kann ja allerhand verschiedene Versuchungen geben. Ja, und jemand kommt in ein neues Hotelzimmer und da liegt eine Packung Zigaretten. Oder er kommt ins Hotelzimmer und da liegt eine Fernbedienung und er sieht, da sind jede Menge Programme, die er eigentlich gucken sollte. Deswegen sagen wir, Herr, führe uns nicht in Versuchung. Und manchmal kommt jemand zum Hauskreis, der für dich schon zu einer Versuchung wird. Und für dich ist es eine echte Versuchung. Ne vedi nas in Iskušenie. Führe uns nicht in Versuchung. Ne pускайте запach Kuchni во время служения in den Saal. Ja, und während des Gottesdienstes soll der Geruch aus der Küche nicht in den Saal hier hineingelangen. Und so weiter. Und weiter, schaut. Wir beenden schon. Und das ist eine Proklammation, die wir proklamieren, die Macht Gottes auf der Erde. Amen. Wir proklamieren das. Und das ist die Natur des Gebetes, das Jesus uns gegeben hat. Deswegen einfach nur das Vaterunser runterzubeten. Das ist wenig. Das ist gut, man kann es auch so beten. Aber es reicht nicht. Seid ihr hier? Lass uns aufstehen. Otec, unser небes Vater, unser Gott und unser Herr, помогi uns malzitzen in der Wille zu beten. Möge unsere Gebeten stark sein. Pobiedennoste. So dass wir als deine Gemeinde jeder für sich deinen Heiligen Namen preisen können. Und diejenigen, die du hörst, und nach dessen Gebeten du wunderschst, zeichnen. Und deine Kraft zeichst. Und dein Reich soll verbreiten und durch uns verbreiten durch deine Gemeinde. Und dein Name soll hier gefestigt werden auf der Erde. Und deine Hand soll uns helfen mehr und mehr. Sлавa тебе, Jesus наш! Ehre sei dir, Jesus! Lob sei dir, Jesus! Halleluja! Amen! Давайте еще раз возzad ihm Господу voru. Lass uns Gott noch mal das Wort geben. Herr, wir danken dir. Danke dir, Jesus! Amen! Amen! Ich wünsche euch einen guten Sonntag. Bудьте благословенны! Amen! 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 Untertitelung des ZDF, 2020